so der dritte vergleichs video test jetzt haben wir die neuen as dinosaurios gegen die leslie oder wie die heißen aus den lässt die heiligskill nehmen wir mal einen roten aus den heiligskill aus und ein dinosaurus muss man schon erahnen kann das scharf kriegen sehen ungefähr gleich aus beide stehen und mal gucken welcher besser ist auf jeden fall gleichwertig die sind gleichwertig gleichwertige tabletten nehmen wir jetzt mal so einen kleinen roten und ein goldenen mit einer längeren sind und dann vergleichen wir die noch mal so erst mal mit der kleine war jetzt bisschen leiser so da machen die aus dem leslie heiligskill sind leiser danke fürs zusehen